Ey, 2020 war so ein geiles Jahr. Ich frag mich, wie 2021 das noch toppen soll. Ach man, ich würd so gerne mal wieder einfach nur einen entspannten Tag zu Hause verbringen. Digga, check mal die Seiten, check mal den Bad. Ich hab mich selten so fresh gefühlt, Digga, alles richtig clean. Boah, ey, dieses verdünnte Desinfektionsmittel aus dem Supermarkt, das riecht so geil. Boah, ich krieg da einfach nicht genug von. Ja klar, die November-Hilfe hab ich schon lange auf meinem Konto. Seit November, sagt ja der Name, ne? Boah, ob der Biden das so hinkriegt mit der Präsidentschaft? Ich weiß es nicht. Also viel besser als Donald Trump kann man das ja nicht machen eigentlich, ne? Jetzt ist es soweit. Jetzt erfülle ich mir meinen größten Traum. Jetzt eröffne ich endlich mein eigenes Restaurant. Ja, immerhin sind sich die Bundesländer in Sachen Corona ja stets einig. So verliert man nicht den Überblick, was die ganzen Regelungen angeht. Also Corona hat uns zumindest gezeigt, dass wir uns um die Digitalisierung an Schulen überhaupt keine Sorgen machen müssen. Die zuverlässigste Informationsquelle, wenn's um Corona geht, ist und bleibt Telegram. Boah, ich bin schon so gespannt, was heute Abend Thema bei Markus Land sein wird. Das ist ja momentan ne richtige Wundertüte. Also ich find's mega, dass im Supermarkt jeder einzelne Einkaufswagen immer gründlich desinfiziert wird. Weil somit macht ja auch die Einkaufswagenpflicht dann richtig Sinn. Merkt euch meine Worte. 2021 wird das Jahr von Michael Wendler. Also ich kann ja immer noch nicht fassen, dass der Lockdown-Light nicht funktioniert hat, obwohl in den überfüllten Bussen und in den Klassenräumen ständig gelüftet wurde. Joho, Digi, was geht ab? Äh, ich wollte fragen, was heute Abend geht. Freitagabend, Dwight, Party Night, Disco, Mesco, Abends, Bar, Ma. Was sollen wir machen heute? Boah, wann kommt eigentlich das neue Album von Xavier Naidoo? Hm. Ah, Karl Lauterbach ist heute Abend nicht zu Gast bei Markus Lanz. Also diesmal besteht wirklich kein Zweifel, ja? Ab dem 31. Januar ist endlich Schluss mit Corona. Ey, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so gut in Form wie jetzt Ernährung läuft, Fitness läuft, alles läuft. Bombe. Nee, also meine Netflix-Watchlist, die ist noch ewig lang. Ich komm da gar nicht hinterher. Ach man, verdammt. Wo bleibt denn jetzt mein Steuerbescheid? Ey, ich kanns kaum abwarten, bis endlich da ist. Hä, voll nice. Meine Bildschirmzeit ist schon die fünfte Woche in Folge gesunken. Mega. Also ich hab mir jetzt mal so ein paar Videos von diesen Corona-Demos angesehen und ich muss zugeben, dass die meisten Theorien dieser Leute dort schon fundierter und einleuchtender sind als ich dachte. Ich glaub, die sind da echt einigen spannenden Dingen auf der Spur. Also beim Corona-Test könnten die ja mit dem Stäbchen ruhig noch ein bisschen weiter reingehen. Also ich mein, bis ins Hirn. Ja, ich will das spüren. Ich will spüren, dass ich da wirklich getestet werde. Ich hab's ja 2017 schon gesagt. Irgendwann wird die Bitcoin-Blase platzen. Ich bin so froh, dass ich nicht investiert hab. Also der Einzige, der Deutschland jetzt noch retten kann, ist ganz klar Attila Hildmann. Lieferando? Was ist das denn für eine App? Die kenn ich überhaupt nicht. Ey, ich hätte ja nie gedacht, dass Fußball ohne Fans im Stadion so geil sein kann. Viel mehr Emotionen, Alter. Richtig nice. Was ich ja gar nicht verstehe, ist, dass Bill Gates seine Instagram-Kommentare deaktiviert hat. Ist er denn gar nicht an dem sachlichen Diskurs interessiert, der dort stattfindet? Boah. Geil. Ah, fuck. Ich muss rülpsen. Warte, 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 warte. Brrrr. 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 Geil. Einfach geil. Brrrr. 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 Brrrr.